Guten Tag und Tag, heute wieder Big Baba Boo Video und zwar teste ich heute mal wieder virale TikToks bei euch und wir schauen, ob die wirklich funktionieren. Und vielleicht zeige ich das auch noch anderen YouTubern und deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende. Abonniert den Ch... Ich hasse WhatsApp. Abonniert den Channel, falls ihr neu seid und ihr gerade im Bett liegt und kommentiert alle Kommentare, liken, jall. Geilomatico! Wir gucken jetzt das erste TikTok. Er lacht. Whenever you find a dungeon with a music disc, there is always diamonds directly below the spawner. Also wenn wir spawner finden mit Disc, dann soll der Diaz sein und das uken wir jetzt. Okay Jungs, ich hab jetzt hier ein Dungeon gefunden mit einer Disc. Das hat 5000 Lichtjahr gedauert und das baue ich mich hier runter. Wir schauen uns das nächste TikTok an, jalla. Wenn man Kürbis abbaut und dann Santa dahin schreibt, kriegt man einen Weihnachtskopf. Ich glaub das wird funktionieren und wir testen es. Hier geht's so scheiße. Amboss, Kürbis, Santa, Hetz. Das hat nicht geklappt. Wir schauen uns das dritte TikTok an. Das ist glaub ich cool. Und zwar macht er Mauer, jetzt denkt ihr euch Hüllschirm, aber passt auf. Er macht Slap, aber umgedreht. Guck. Und wir testen, ob das geht und ob man das so an andere Mauern drauf, ne? Versteht ihr? So, wir packen hier Mauer hin. Hier Redstone Block. TNT, TNT. Das funktioniert schon mal. Aber jetzt ist die Frage, kann ich so eine Mauer dran bauen? Funktioniert nicht, schade. Aber man kann hier Slap. Oder kann man hier, wenn man lustig ist, so. Und das sieht dann komisch aus. Versteht ihr? Ich verstehe absolut gar nichts. Ich hab mich grad wie so ein iCrimax, der auf irgendein Video reagiert und dann jedes Mal irgendwas Unnötiges sagt. Nichts gegen iCrimax, das ist der Einzige, der mir jetzt eingefallen ist. Er macht Bad dahin und dann Badbomb und dann soll das Portal anzünden. Und wenn das funktioniert, dann kann man Portale anmachen, ohne Feuerding zu sammeln. Und wenn es funktioniert, dann wäre... Aufsidien, Feuer. Passt auf. Ja, la. Oh nein, aus, wir sind Portal kaputt gegangen. Aber Gott sei Dank habe ich mein Bett. Ja, warum war es eigentlich klar, dass es nicht funktioniert? Oder, warte, ich hab's falsch gemacht, glaube ich. Was ist, wenn ich da Holz mache? Ich dachte wirklich, dass TikTok funktioniert. Oder, warte, wir machen nochmal ein Netherrack. So, dann machen wir hier Portal hin. Ne, das geht immer noch nicht. Das ist ein Cap Moments. Ich hab die Mütze, by the way, vom originalen Simon Unger geschenkt bekommen. Er hatte sie an. Falls ihr diese Mütze gewinnen wollt, lasst einen Like da, Jungs. Und schreibt in die Kommentare, warum ihr Obst mögt. Das habe ich mit reingenommen, weil ich hab noch nie Lift gebaut in Minecraft. Ihr Save auch nicht. Und ihr dachtet immer so, what the f... Das ist doch Save so... Aber das ist eigentlich voll einfach, also wenn das funktioniert. So, jetzt drückt er drauf und er geht hoch. Ich hab keine Ahnung, was er gebaut hat. Aber ich versuche es so gut es geht nachzubauen. Er lacht. Redstone, Notenblock, Beobachter, lebriger Kolben, Bleiben, Eisenblock, Holz, Obsidian, Knopf. So, dann würde ich sagen, knall ich das... Sorry, wenn ich heute im Video irgendwie so... Ne, ich hab heute irgendwelche Probleme. Ich weiß nicht, was los ist. Wenn ich in die Hand klatsche, dann kommt dein Fahrstuhl, Jungs. Drei, zwei, eins. So. Der Fahrstuhl steht jetzt ein bisschen weiter rechts. Aber wir testen jetzt, ob er funktioniert. Wenn er funktioniert, dann ist es wirklich geil. Es hat wirklich funktioniert. Und so geht man runter, ey Gess. Es funktioniert. Halt die Fresse, Digga. Das ist wirklich krass. Ich glaube, das ist sogar so krass. Ich zeige es Veto, Jungs. Oder irgendwem anders. Ich muss gucken, wer rangeht. Veto. Was meinst du? Pass auf, ich hab was Cooles gebaut. Was denkst du, was das hier ist? Ist das eine Guillotine? Was ist eine Guillotine? Okay, dann ist es das wahrscheinlich nicht. Ich will zeigen, was es ist. Ja, zeig mal. Ein Aufzug. Ja, wie findest du? Das ist geil. Hast du selber gemacht? So ein TikTok. Okay, kann ich jetzt weiter schlafen? Kannst du. Kommen wir zum, ich hab die Zahl vergessen. Guck mal. Wenn man keinen Bock hat, ein Haus zu bauen, dann macht man einfach Pilz. Lässt den wachsen. Und dann hat man eine Schüssel. Aber umgedreht. Dann kann man wohnen. Soll ich euch sagen, warum ich das mache? Weil ich kein Kommen mehr habe. Ihr habt schon toll mal gesehen, wie ich auf TikTok LiveX reagiere. Jedes Mal hat es Glücksbekommen. Deswegen mache ich das jetzt auch mal. Ja, das ist das TikTok LiveX testen Video. Jalla, Jungs. Pilz. Knochen. Jalla. Ich werde hier jetzt Haus bauen. Habe aber keinen Bock. Deswegen mache ich Pilz hier hin. Knochen mehr. Boom. Ich mache das weg. Zack. Ich habe ein kleines Haus. Jalla. Nächstes TikTok. So, das TikTok erinnert mich an Simon Unger Madeira Zeit. Und zwar hat er ja auch Trampolinen. Da haben wir immer Bungen Bungen gemacht. Wenn das TikTok funktioniert. Also das soll so Trampolin sein. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Wenn es funktioniert, zeige ich das Simon Unger, Jungs. Okay. Rümos. Knopf. Ogen. Lange. Nase. Wer könnte das sein, Mann? Keine Frage. Es ist Masters. Und jetzt kann er das Springen. Und wir testen, ob das jetzt funktioniert. Wo habe ich jetzt Schnipsel. Kommt hier ein Loch. Guck, da ist Loch. Und wenn ich jetzt schnipse, kommt da ein Trampolin. Hä? Das ist nicht was Schnipsel. Scheiß drauf, Digga. Hier so. Zack. So. Und dann alles voll. Und da ich zu faul bin und mir keine Mühe für meine Videos gibt, werde ich es nicht schöner machen. Deswegen werden wir es einfach direkt so testen. Hä? Muss ich das aus diesem Scheißstein machen oder was? Ich dachte, das wäre nur Dekoration. Jetzt müsste es funktionieren. Oh, es funktioniert. Hä? Was hat das mit dem Stein zu tun? Hä? Das funktioniert so richtig gut. Falschstein? Aber ich kriege keinen Falschstein. Ich zeig das jetzt Simon Unge. TikTok Nummer. Ich hab keine Ahnung. Er lacht. Ich sehe erst jetzt die Kommentare. Bro, no shit, it's camp. Literally show, it's fake at the end. Oh. Wir testen, ob das funktioniert, Jungs. Ich mach jetzt nur eine Seite. Nächstes TikTok. Tiktok. Is anyone else really sick and tired of those TikToks that constantly show up on the For You page that go? Also like look at the audio Nαι. Nä. Nä man. Nä man. Nä man, süa. Nä man. Nä man. So, ich habe jetzt alles nachgebaut. Wenn es funktioniert, dann haben Victor und Norris ein Scheiß-Zoo. Hier, Creeper, Glas, Redstone, Glas, Redstone. Der ist echt gefangen. Hä, das ist übergeil. Das erste Live-Fact nach Monaten, der cool ist. So, nächstes TikTok. Ja, la. Habt ihr euch erschreckt? Wollt, dass ihr euch erschreckt wegen Musik. Aber er baut sich hier rein und er soll anscheinend eine Leiter sein. So sollen so deckweise Diablöcke sein. Soll ich so eine Pyramide? Ich mache jetzt auch so gruselige Musik. Hier ist schon mal nix. Hier ist auch nix. Da ist auch nix. Da ist auch nix. Dann würde ich sagen, nächstes TikTok. Nächstes TikTok und das ist mein Lieblings-TikTok. So, Musik muss ich leider ausmachen, weil sonst kriege ich einen fetten Comrade-Strike in meinen Arschloch. Und zwar macht er eine Gun, die Feuerbälle schießt, so richtig schnell. Aber irgendwie kann ich nicht glauben, dass das stimmt. Wir testen. Boom, boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. Boom, 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 boom. Boom, boom. Boom, boom. Werfer und da die W*** reinmachen. Anscheinend soll es jetzt schon funktionieren. Ist irgendwas falsch gebaut? Oh, ich hab's gefixt bekommen. Ich hab's, ich hab's gefixt. Das ist übergeil. Wir zeigen das jetzt Heiko. Guck, ich hab hier eine Maschine gebaut. What? Ja, ich weiß, ich weiß. Wenn ich jetzt anwache. Oh mein Gott. Krass, oder? Hey, wie lange hast du dafür gebaut? Wie lange ich gebraucht habe? 15 Minuten ungefähr. Das ist übelst cool. Nächstes TikTok. Er lacht. Auf jeden Fall macht er Rüstungsteile in Werfer rein. Und wenn er drüber läuft, kriegt er die. Oder halt drauf drückt. Und jetzt denkt ihr euch erstmal, ja, hey, ist doch normal. Überlegt mal. Habt ihr das schon mal gemacht? Nein. Deswegen mach ich das jetzt. Werfer. Wie hab ich das gerade ausgesprochen? Werfer, ja. Knopf. Nee, it's alright. Rüstung. Packen wir rein. Funktioniert es? Ja oder nein? Es funktioniert. Ich weiß, ihr denkt euch, hö, das war doch klar. Aber guck mal. Warum kommt dann keiner drauf? Dass man irgendwie nur Armut zu einem geht. So, yo, wo's popen, Homie? Komm mal mit, ich zeig dir was. Oh, er denkt, du machst nix. Und dann auf einmal. Was jetzt? Und dann. Schaut ihr? Kommen wir zum nächsten TikTok. Ja, lach. Okay. Wühlmaus. Knopf. Ogen. Lange. Nase. Wer könnte das sein, Mann? Keine Frage. Es ist Masterskop. Eine automatische Koppelfarm. Wir testen. Ey, der dumme Schwanz. Er kann auch wieder größer Huss. Sohn. Ich glaub, ich hab's hinbekommen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist das hier. Oh, es klappt sogar gut. Wartet, Timeraffer. Wie im TikTok. Oh, wait. Ja, GG. Wir haben irgendwas falsch gemacht. Ja, scheiße, ob's funktioniert. Wenn ich's richtig baue, dann funktioniert's. dragon Couple Rennen.